Hallo meine Lieben, ich bin's Odo, euer Lieber, Lieblingsstreamer könnte man sagen. Ich habe jetzt zwei Wochen lang nicht aufgenommen und gestreamt, weil es waren Ferien, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, und ich hatte teilweise kein Internet, deswegen kein Streaming, äh, Streaming, Screaming. Resolve 10 Events, add 5 Regions to your lands, increase their... Ah, verstehe, das sind die Events, die man dort machen kann. Was ist da? Old Mesa, Trade in the Hills. Wir müssen zur Lone House, dort gibt es irgendeinen Typen, den wir vielleicht dazu bringen können, dass er sich uns anschließt. So, dann machen wir zuerst einmal ein Rasti-Rasti. Ah, schaut gut aus, beginn resting. Ne. Ach, wenn wir das en- en- enden lassen? Das muss ich echt nicht hören, alles miteinander. Und continue. There is someone on the road, get ready. Okay. Trolle wahrscheinlich. Es gibt da irgendeinen Encounter, der so ein... Empty your pockets and greifen uns an? Idioten. So, also du... Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich überhaupt machen kann. Machst den als Started Target und dann greifst du ihn auch gleich an. Du hier... Greifst ihn an. Du... Wirst auch ihn an. Du... Kannst noch keine neuen Zauber, das heißt wir sind noch vor dem Ding. Tristan... Was ist das normaler Protection von Evel? Na... Skotchen Ray... ...of... ...de Bandit, da wieso nicht. Und du... Was... Bist du irre Dian, was draufkommt? Bist du irre Dian drauf? Gut. So, du machst mal das da... ...auf die... ...Valerie. ...Gallery. Roms. Und du... ...machst mal das da... ...auf diesen Bandit hier... ...und du... 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 Wir nehmen alles und legen uns wieder hin. Okay, so dann sind wir wieder geheilt. So, dann machen wir raus. Na bitte. Ach, jetzt kommt es an zum Regnen. Fürchterlich. Keiner da? Nein, keiner im Stream. Wir haben immer das heute auch mit. Wir holen ja nicht zu sein. Wir sind gerade, glaube ich, irgendwo. Wir holen mal rein. Enter. Hey, da sind ja Leute online. Schau dir was an. Ja. Mal schauen. Da drinnen gibt es einen Haufen Trolle. Soweit ich mich entsinnen kann. Und Banditen gibt es, glaube ich, auch. Und einen Haufen Fallen gibt es auch. Aber Fallen sind vielleicht das wenigste Problem. Hey. Was finden wir hier? Was finden wir hier? Und dann gehen wir gleich in diese Richtung, wo es die Trap gibt. Und hoffen, dass wir gut genug sind im Trap Detection Ding. Was? Okay. Zeit wird die Distanz. Hilfe! Hilfe! Das ist die richtige Lawful Evil Antwort. Der Mann geht silent und stares at you, horrified. After a moment, he gulps loudly. I, I, I'm the brain, he manages at last. His eyes are white, so white, they look like they might fall out of his sockets. No, Sean, we can't just pass by. The man's clearly in trouble. We have to help him. Warum müssen wir die mitnehmen? Wir könnten ihm helfen, in ein neues Leben überzugehen. He is mad in the head. Let him rot. Wer bist du? Immerhin ist das mein Land. Und ich möchte wissen, was für Typen in dem Land rumrennen. Traitors, we are traitors. Lexan and me. As he renaxes, he starts to bubble. We usually come to visit the local mage, bring him food, and he gives us magic trinkets in exchange. Okay. We last came a month ago, left him some supplies. We are riding back today, and we wanted to stop and pick up an order he promised to complete. But when I went to the mage's house, this mage has a bunch of traps around his house, scares off the trolls, you see? He even put a warning sign up by the road, so people wouldn't get hurt. We just have to stick to the road. Trolls are stupid, can't read. So they get caught. But I didn't stick to the road. I thought I saw something glittering in the underbrush. Soon as I approached, boom, suddenly I was flying upside down. When I landed, I was too scared to move so many traps around. I wouldn't survive a second. Boom. Oh, God. Cows like this make me sick. He shit himself at the sight of the rabbit. Back to the road. See, how long have you been standing here? Four hours, maybe more. Poor thing. Wait, you've been standing here screaming in fear for four hours, because there might be traps around you. Oh, your boots. Okay. That's really weird. Oh. We have to get him out of here. Let me talk to him. I'm sure I can calm him down. I'm sure I can calm him down. Neutral, neutral, neutral. All right, Octavia. Try to calm him down. Chaotic, neutral. All right, Amiri. He is yours. Das ist super. Das ist gut. Aber ich bin lawful. Lawful, good. Neutral, evil, glaube ich. You are too scared to make it to a road. That's just a few steps away. Those traps would be doing the world a favor. Das ist echt mies. Aber ich muss es tun. Let's go anywhere. Okay. Er will nicht mehr, dass wir da bleiben. Find ich... Okay. Wir hätten wahrscheinlich etwas gekriegt von ihm, wenn wir ihm geholfen hätten. Und ich nehme mal an, Octavia ist so krankig jetzt. Ist jetzt krankig auf uns. Wirklich? Was hast du irgendwie würfelt? Eine 6. Wie kommt die ist 22? Naja. Schauen wir mal. Wir sind einfach gut. Wir rennen jetzt rum und entschärfen eine Falle nach der anderen. Oder? Oder wir rennen gegen sie. Das braucht eurem Atennis. Äh, jetzt bin ich verabschiedet. Was haben wir jetzt gewürfelt? Eine 2er. Okay. Das heißt, ich schätze mal, wir werden das... Ich denke, den kann ich nochmal schaffen. Außer mit einem 1er machen wir, glaube ich. Schon wieder? Wie oft würfelst du daneben? Ich hoffe, wir kriegen viele Punkte für diese... Ich habe das gemacht. Gut. 36 Punkte. Okay. Ja, jetzt hast du einen 19er-Gürfel. Ist eh klar. Siehst du das? Wir könnten allerdings fies sein. Nein, nicht fies sein, sondern wir könnten... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Kannst du da rüber gehen und mit ihm reden? Äh, nein, kannst du nicht. Schade. Ich habe gehofft, man könnte das auf diese Art und Weise umgehen. Indem er den Guten reden lässt. So, ich glaube, er kann langsam gehen. Es gibt keine Fallen mehr hier. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, aber ich habe ihn ausgefunden. Es sind noch immer 22, ja. Würfelst du auch? Ich meine... Wir müssen nur einen 7er würfeln. Wie oft du daneben liegst. Die Fence ist nur und da sind keine Gäste. Die Trennere dieser Ort ist nicht gefährlich. Ich will nicht, dass die Intruders die Barschner nicht befreundet. Was ist nicht eher, wenn man den Barschner nicht befreundet. Suddurch geht's. before you his clothes are not too gaudy but tasteful despite living in the wildness he looks well groomed even dapper his mustache is slick and the nails on the agile soft hands are meticulously polished continue what a pleasant surprise welcome your grace would you like a cup of tea something stronger perhaps it's a great honor for a humble hermit entertaining such an important personage allow me to introduce myself i'm bartholomew delgado at your service how may i be of assistance do you know anything about the local trolls who are resistant to fire i've never heard anything like it if this is true i'll have to revise my defenses your grace i'm afraid we must intermit that conversation for now moment ago a troll was caught in one of my fire traps it was unharmed i suggest that a chance to explore its corpse would better equip me to answer your questions my leash i humbly request your protection please follow me it's just so schnell lead the way okay du machst das auf das du greifst es einfach du machst rage und dann machst du ein charge auf dieses ding hier du machst das und greifst es dann ab du machst das du machst das auf dieses ding hier mit acid können wir die noch immer besiegen was gut ist ja ja ist mir wurscht ja ja ist mir wurscht ja ja ist mir wurscht ja sei aus der bringt uns den zauberer gleich mal um ja nicht den zauberer umbringen stop außerdem du dolm du mach ein shield of faith auf dich mach ein shield of faith auf dich okay man scheint ja doch umgekommen zu sein space walks around the trolls corpseat least there's still vulnerable to steel and acid now let's look into why this creature lost its respect for fire Ptolemy recites an incantation and waves his hand over the troll's chest, then points at a specific spot on it. There, branded on the flesh, is a symbol of a blacksmith's hammer encircled by torn studded wines. Whatever that is, that's the reason its flesh didn't burn. I'm not sure. The wizard slowly makes an incision around the brand and then peels the flesh off, excising the brand completely. I must study this. Here's the key to my laboratory. Wait for me there. I'll join you soon enough. Without another word, Ptolemy whispers an incantation and vanishes. Nice sofa. Hurrah. I believe. Done with waiting. Mhm. Na dann. Und entfallen wir mal die Gegend weiter. I did as you asked. Wir sind wieder bei seinem Haus. I did as you asked. Hihi. Hey. Funfifty experience. Das ist ja nett. I believe I found something. Das ist ja nett. Done and done. Deswegen müssen wir sie mitnehmen, weil sie ist die einzige, die das machen kann derzeit. Wir werden dann später zwar noch jemanden finden, der das kann, aber bis dahin müssen wir mit der... Und dann geht's mal. Huch. Hoch. Dann geht's nur, ja. Dann... Auf sie mit Gepöl. und kommt Jura mach das doch bitte nochmal auf die Tante da und du mach mal das off hier ja Stop, 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 stop. Du machst mir jetzt ein Bane. Jetzt ja auch auf uns einzuschlagen. Oh, das war das. Oh, das war jetzt schnell. Ups. Der schlägt mir einfach meinen Dings kaputt. Oh, das sieht aus. So, du heil dich mal selber. Und dann mach einmal sowas. Und dann schauen wir uns das mal an. Uh, was ist das? Merchantsletter. Und ein Amulet of Agile Fists. Na super. Das ist was für einen Mönch. Ah, was sagt er's letter? Ah, das ist der andere Typ. Oh, das ist der andere Typ. Oh, das ist der andere Typ. our father is riding on right now. Then we wish you good night and good to sleep. Everything is all right here. The workers you've hired finally finished painting the walls and fixing the roof. Now sitting at the very top of our house is bla 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 bla. Okay, ich muss mal den Wecker abdrehen. Wir nehmen einfach alles mit. Bis gleich. Ah ja, und das YouTube-Ding werde ich auch abdrehen.